Ich hab dich! Hey! Und jetzt bist du dran. Jetzt musst du suchen und ich darf mich verstecken. Na gut, von mir aus. Aber nimm deine Pfote da weg. Ich kapier's immer noch nicht, Kion. Wieso spielen wir überhaupt Verstecken? Es ist nicht nur ein Versteckspiel. Auf die Weise können wir nämlich Spurenlesen üben. Ah, naja, dann. Das klingt schon besser. Ja, und außerdem macht es Spaß. Wie lange hat Kion gebraucht, um euch beide zu finden? Na also, mich hat er sofort gefunden. Bange hat sich durch sein Lachen verraten. Mich hat er auch ganz schnell entdeckt. Was ist denn mit Bestie? Hast du ihn noch nicht gefunden? Doch, doch. Ich hab ihn gefunden. Ich hab's ihm nur noch nicht gesagt. Alles klar, Bestie? Du kannst hinter den Felsen hervorkommen. Tch, du hast mich gefunden. Aber das Versteck ist ziemlich gut, oder? Ich muss zugeben, für jemanden von deiner Größe bist du ziemlich gut im Verstecken. Danke, Ono. Na dann, Fuli. Jetzt war jeder mit Suchen dran außer dir. Mach die Augen zu und wir verstecken uns. Hm, bitte sehr. Aber ich warne euch. Ich bin der schnellste Finder im ganzen geweihten Land. Ah ja. Und ich bin der schnellste Verstecker. Ja. Er weiß doch hoffentlich, dass das so überhaupt nicht zählt. Was sagt ihr? Ich weiß nicht, ob er es weiß. Okay. Na dann versteckt euch mal alle.